Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem Helm, diesem Helm und diesem Helm? Was sie gemeinsam haben, ist ja klar. Sie schützen alle unsere Birnen. Und wir schauen mit allen immer irgendwie doof aus. Aber kann ich den Fahrradhelm fürs Skifahren verwenden und den Skihelm fürs Klettern? Darum geht es heute im Bergsteigengrundlagenkurs Nummer 18. Kommen wir gleich zur Sache. Alle Helme, die in der EU verkauft werden, müssen einer gewissen Normprüfung unterzogen werden und entsprechende Kriterien erfüllen. Aber es gibt eben nicht die eine Norm für alle Helme, sondern jeder Helm kriegt hier eine Sonderbehandlung. Und das hat einen guten Grund. In den verschiedenen Normrichtlinien sind nämlich gänzlich unterschiedliche Kriterien vorausgesetzt, damit der Helm auch so ein tolles EN-Zertifikat bekommt. Und warum sollte mich das jetzt interessieren? Weil es für die eigene Birne ziemlich wichtig ist, dass der Helm auch unter Umständen getestet wurde, die einem selbst widerfahren können. Und da sind wir schon beim ersten Problem, wenn es um die Durchmischung der verschiedenen Helmarten und deren Anwendungen geht. Von vornherein gesagt, dass der Kletterhelm nicht für das Skifahren geeignet ist, kann man tatsächlich so nicht behaupten. Denn, und das ist ja eben das Problem, darauf wurde er ja gar nicht getestet. Man muss also irgendwie selber drauf kommen. Es kann also durchaus sein, dass der Kletterhelm relevante Tests bei der Normprüfung von Skihelmen bestehen würde. Ist doch theoretisch fabelhaft. Aber wir tragen den Helm ja nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und da weiß eben keiner so genau, ob der Helm denn hält, was man erwartet. Mehr Klarheit kommt ins Spiel, wenn man sich überlegt, wofür der Helm XY denn eigentlich konzipiert wurde. Und ob man dieses Szenario denn dann auf andere Sportarten umlegen kann. Fangen wir mit dem Fahrradhelm an. Der Fahrradhelm hat eine klare Funktion. Wenn man mit ihm stürzt, soll die auf den Körper, also den Kopf, übertragene Energie so gering wie nur möglich sein. Damit das bewerkstelligt werden kann, wird dem Helm eine dicke, fette Knautschzone verpasst, welche die Energie sehr effektiv schluckt. Egal, ob man auf die Bordsteinkante aufschlägt oder eben auf den Asphalt, das wird nämlich auch bei den berüchtigten EN-Tests überprüft. Tatsache ist aber auch, dass der Fahrradhelm nicht auf mehrere Mini-Stürze ausgelegt ist, sondern vor allem auf einen Total-Crash, bei dem der Kopf bestmöglich geschützt werden soll. Ob der Helm danach also Schrott ist, ist mehr oder minder egal. Und tatsächlich brechen die meisten Fahrradhelme bei direkten Aufschlägen bei hohem Energieaufkommen. Was bedeutet, dass man danach einen neuen Helm braucht und bis dahin besser nicht mehr aufs Rad steigt. Jetzt könnte man sich fragen, ob diese Praxis beim Skifahren oder Klettern ebenfalls relevant sein könnte. Und tatsächlich? Nein, natürlich nicht. Denn sowohl beim Klettern als auch beim Skifahren, übrigens egal ob Pistenskifahren oder Skitouren, bin ich im Handlungsspielraum nach einem Sturz deutlich eingeschränkter. Ich kann nicht mitten auf der Skitour oder inmitten an der Klettertour Ausschau nach dem nächsten Sportfachgeschäft halten. Dennoch bleiben viele Gefahren aber weiterhin omnipräsent, was uns eben zur Problematik des Fahrradhelms bringt. Er schützt unglaublich gut, aber bei großen Kräften eben nur einmal. Das ist aber beim Skifahren und vor allem beim Klettern einfach zu wenig. Oder um es etwas anders und bildlicher auszudrücken, in der Kletterroute wird der erste Stein vorbildlich vom Helm abgefangen, der zweite Stein vorbildlich vom Kopf. Kann also nicht sonderlich hilfreich sein. Fazit zum Fahrradhelm, der Fahrradhelm kommt wirklich nur beim Fahrradfahren zum Einsatz. Einfach, weil ein solider Einmalschutz zwar solide ist, aber eben nur einmal. Und das ist im Gebirge einfach zu wenig. Wie sieht es denn mit dem Kletterhelm aus? Der müsste ja dann eigentlich ein toller Allrounder sein, oder? Überlegen wir wieder zuerst, was wir beim Klettern für Schutzfunktionen brauchen. Beim Klettern ist die größte und leider oft unterschätzte Gefahr der Steinschlag. Wir haben zudem übrigens schon mal eine Episode im Rundlagenkurs gemacht. Falls ihr euch für die Gefahr von oben interessiert, das Video findet ihr beim i. Steinschlag fällt aber unterschiedlich aus. Vor allem in alpinen, seltenen begangenen Klettereien, aber auch im leichten ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad. Mal sind es viele kleine Kieselsteine, die jemand vor einem beim Ausrutschen zum Beispiel weggetreten hat. Und mal sind es ordentliche Steine, durch eine abschmelzende Schneemasse weiter oben zum Beispiel. Außerdem sollte der Helm schützen, wenn wir stürzen, ins Seil fallen und gegen die Wand knallen. In beiden Fällen sollten wir geschützt sein, aber vor allem haben alle Steinschlagarten gemeinsam. Sie bedrohen uns immer von oben und kommen immer nach unten. Danke Schwerkraft. Das bedeutet, dass wir vor allem den frontalen und den parietalen Teil des Schädels schützen müssen. Also das und das hier. Diese werden beim Kletterhelm besonders gut geschützt. Entweder in Form eines Hartschalenhelms, der vollständig aus Kunststoff gefertigt wird. In Form eines Inmoldhelms, der ein Stereopor-Innenleben mit einer Polycarbonat-Außenhelle verbindet. Oder ein Hybridhelm, der einfach beides vereint. Nun muss man aber auch wissen, dass der Kletterhelm bei den Tests nicht an allen Stellen gleich getestet wird. Nachdem vor allem unsere Oberseite gefährdet ist, wird auch die am anspruchsvollsten unter die Lupe genommen. Seitliche Belastungen werden in den Tests deutlich milder ausfallen, was gleichzeitig bedeutet, dass der Helm eben für seitliche Belastungen nicht entsprechend zertifiziert werden kann. Stellt sich wieder die Frage, kann der Kletterhelm mit diesen Eigenschaften, also besonders robust und langlebig an der Oberseite und weniger gut getestet an den Seiten, für andere Sportarten gut herhalten? Naja, für das Skifahren ist er tatsächlich keine katastrophale Alternative. Was man allein schon daran erkennt, dass es mittlerweile auch viele Kletterhelme gibt, die beide Zertifikate, also jenes als Kletterhelm und das als Skihelme halten. Denn bei Kletterhelm-Tests wird zwar nicht überall die gleiche Robustheit des Helms gefordert, meistens ergibt sich aber diese Eigenschaft schon durch die Bauweise. Doch das muss eben nicht immer der Fall sein. Es kann auch Kletterhelme geben, deren seitliche Belastungsgrenze einfach tatsächlich deutlich unter jener der Oberseite liegt. Damit ist er aber fürs Skifahren gleichzeitig recht gefährlich, denn beim Skifahren sind seitliche Belastungen auf den Helm nicht unüblich. Wenn man bei hoher Geschwindigkeit stürzt, gibt in der Regel die Nackenmuskulatur aufgrund der hohen Kraft nach und der Kopf knallt seitlich auf den Boden. Bei einer harten, eisigen Piste kann das wie ein Schlag auf den Asphalt sein. Das bedeutet, dass die seitliche Absorption der Energie ebenso relevant ist wie die obere, denn man kann ja genauso gut einen Kopfsprung nach vorne machen oder gegen einen Baum oder Steindonner. Aber wie gesagt, viele Kletterhelme können mittlerweile auch die Normen des Skifahrens auch ganz offiziell erfüllen. Das steht dann ohnehin aber immer in der Beschreibung der Helme. Und der Kletterhelm beim Fahrradfahren? Taugt der was? Ähnlich wie beim Skifahren? Jein, aber im Zweifel nein. Gerade beim Fahrradfahren sollte die Energieabsorption so hoch wie möglich sein, da die Geschwindigkeiten teils sehr hoch sein können und der Sturz immer unweigerlich am Asphalt endet. Der Kletterhelm erfüllt keine so hohe Absorption, denn die Norm besagt, dass maximal 10 Kilonewton Kraft an den Kopf abgegeben werden dürfen. Das ist schon ein ziemlich harter Schlag. Und da ist der Fahrradhelm einfach etwas besser aufgestellt durch das Knautschelement. Zum Skihelm möchte ich noch sagen, ich glaube kaum, dass der Skihelm jemals Einsatz im Gebirge oder beim Fahrradfahren finden wird. Dafür ist er wohl einfach zu warm, zu schwer und zu klobig. Außerdem erfüllt er auch wieder ganz andere Normen und muss auch ganz andere Tests bestehen. Da will ich aber jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube kaum, dass wirklich wer mit dem dicken Skihelm sich bei 30 Grad Celsius aufs Fahrrad oder in die alpine Kletterroute schmeißen wird. Falls doch, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann gehe ich nochmal schriftlich individuell auf die Thematik ein. Übrigens zum Schluss möchte ich erwähnen, dass ich mich lange mit den Normprüfungen und Zertifikatvoraussetzungen aller Helme beschäftigt habe und ich bewusst die Zahlen und die Tests jetzt im Video nicht behandelt habe. Denn die Werte und Vorgehensweisen sind leider oftmals nicht ganz vollständig in der Dokumentation. Außerdem braucht man viel Geduld und Recherchewillen, um auf vernünftige Tests und Zahlen zu kommen. Wer wirklich sehr interessiert ist, kann sich die Testverfahren gerne durchlesen. Ich verlinke sie euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber Vorsicht, das ist schon eher Stoff für Literaturmasochisten. Außerdem möchte ich noch eine große Kritik loswerden. Die Testverfahren in allen Details und die Dokumentationen dieser Verfahren sind nur käuflich zu erwerben. Möchte man alle EN-Prüfnormen für sämtliche Helme kennen, muss man dafür knapp 500 Euro bezahlen. Für Seiten an Papier, die unserer Sicherheit dienen. Eine absolute Frechheit, wie ich finde, denn hier geht es um Zertifikate, die über EU-Normen ausgestellt werden. Und da sollte es meiner Meinung nach seitens der EU das Interesse geben, dass die Nutzer auch ganz genau nachvollziehen können, was und wie und warum es getestet wurde, auch wenn es noch so wenige interessiert. Dafür so viel Geld zu verlangen, finde ich schon ziemlich frech. Wenn euch nach dem ganzen Helm hin und her auch der Schädel wehtut, dann tut es mir leid. Da hilft leider auch der Helm nichts. Aber ein Abo, das hilft uns definitiv und dir natürlich auch, denn dann bleibst du immer up to date, wenn es bei uns viermal die Woche neue Inhalte für Augen und Ohren gibt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir immer eine wunderschöne Zeit und Bergheim.